11. Dezember Organisation von Informationen Die Organisation von Informationen in Kategorien oder mentalen Modellen kann die Merkfähigkeit erhöhen, indem sie eine Struktur schafft und das Abrufen der Informationen erleichtert. Ich gebe Dir für heute auch wieder Beispiele, wie diese Technik angewendet werden kann. Beispiel Vokabeln lernen Wenn Du neue Vokabeln in einer Fremdsprache lernst, organisiere sie in Kategorien wie Lebensmittel, Kleidung oder Verben. Indem Du ähnliche Wörter zusammenstellst, schaffst Du eine mentale Ordnung, die das Lernen und Erinnern erleichtert. Zum Beispiel könntest Du alle Obstsorten in einer Kategorie sammeln und Dir vorstellen, wie Du sie in Deinem Kühlschrank siehst. Das hilft Dir die Wörter zu gruppieren und Dir visuelle Verknüpfungen vorzustellen. Beispiel Informationen für eine Präsentation strukturieren Wenn Du eine Präsentation vorbereitest, organisiere die verschiedenen Punkte in einem mentalen Modell. Zum Beispiel kannst Du eine Mindmap erstellen, in der Du verschiedene Themenbereiche und Unterkategorien festlegst. Dies hilft Dir, die Informationen logisch zu ordnen und das Zusammenspiel der verschiedenen Inhalte zu verstehen. Beim Vortragen der Präsentation kannst Du Dich an das mentale Modell erinnern, um den roten Faden beizubehalten. Beispiel Studium für eine Prüfung Wenn Du für eine Prüfung lernst, organisierst Du die Informationen in Kategorien oder Unterkapiteln. Finde heraus, wie die verschiedenen Themen miteinander verknüpft sind und erstelle ein mentales Modell des Lernstoffs. Betrachte das größte Bild und wie die einzelnen Informationen zueinander in Beziehung stehen. Dies hilft Dir, die Informationen besser zu strukturieren und das Auffinden von relevantem Wissen während der Prüfung zu erleichtern. Beispiel Arbeitsaufgaben organisieren Wenn Du mit einer Vielzahl von Aufgaben konfrontiert wirst, organisiere sie in Kategorien oder Prioritätenstufen. Erstelle zum Beispiel eine To-Do-Liste und unterteile sie in verschiedene Kategorien wie dringend, wichtig und niedrige Priorität. Auf diese Weise schaffst Du eine klare Struktur und kannst Dich gezielt auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren, während Du die anderen im Hinterkopf behältst. Beispiel Lesestoff oder Forschungsmaterial verarbeiten Wenn Du einen längeren Text oder viele Informationen verarbeiten musst, erstelle ein mentales Modell oder eine Gliederung, um die Informationen zu organisieren. Identifiziere die Hauptthemen und Unterthemen und kreiere eine Struktur, die es Dir ermöglicht, den Inhalt zu überblicken. Dies erleichtert es Dir, die Informationen besser zu erfassen und später darauf zurückzugreifen. Die Organisation von Informationen in Kategorien oder mentalen Modellen hilft dabei, einen klaren Rahmen zu schaffen und das Gedächtnis zu unterstützen. Es ist wichtig, den individuellen Lern- und Gedächtnisstil zu berücksichtigen und geeignete Organisationsmethoden zu verwenden, die zu Dir passen. Experimentiere mit verschiedenen Ansätzen und finde heraus, welche für Dich am effektivsten sind. Das ist wichtig, den individuellen Lern- und Gedächtnisstil zu berühren.